Schade geht natürlich massiv zurück, aber die Trepperschance ist an... Ich meine, solange ich sie unbegnötig habe, mache ich es erstmal so und spart die mich für später auf. Weil die jetzt nicht so geil ist, die Waffe an sich. Hat bloß hohen Schaden, weil es hoher Level ist, aber sonst hat sich weiter nichts zu bieten, tatsächlich. Daher ist die an und für sich gar nicht mal so gut. Hm. Finesse. Na ja, das ist ja noch ein Präzisionsplus, oder mehr als 5%, wäre das schon wieder eine ganz andere Geschichte, aber ist ja offenbar nicht der Fall, daher. Einhändig, das ist eigentlich eine coole Sache. Konstitution und Glücksspringer, naja gut, okay. Aber an sich ist es natürlich nicht schlecht, das zu haben. Wenn wir bei ihm und bei ihm. Ich hatte Glücksspringer, der bringt es in meiner Präzision, das ist auch, vor allem bei den beiden Typen hier, gar nicht so unwichtig. Nun ja. So, dann wollen wir mal raus hier, ich denke ich habe alles soweit erledigt. Was genau jetzt bewirkt und was ich jetzt weiter machen kann, weiß ich aber absolut nicht mehr, bedauerlicherweise. Ach, guck mal hier. Ein guter Fisch. Ist doch schön. Ja, dann wollen wir mal raus hier. Zack. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier was machen sollte, da unten. Sollte ich diesen quasi Botengang machen. Was genau, wie, was, wo, jetzt danach passiert, weiß ich jedoch nicht. Wo war da der Typ hier, da oben? Nee, ist er nicht. Ist er da? Ich spreche mal einfach mit dem, vielleicht sagt er was Neues. Und was ich noch weiß, ich muss hier diesen Typen rausholen. Ähm, wie genau ich das nur anstelle, ist mir auch noch nicht ganz klar. Mit Schleich, nur da alle Typen umbringe hier sind. Du siehst einen Mann, well fed... If I didn't ask you to leave before, I'm asking you to leave, now. Ähm. He looks surprised. Might be faking it. Might not. Wer weiß. What weapons? What basement? Hehehe. Ähm. Quellenwaffen echt so gut, sahen sie jetzt gar nicht aus. Hehehe. Hehehe. You look like the kind of person who's very forgetful, with the right motivation. I have a sum of money in my pocket. It adds up to a very good time in the tavern. Das da. God, fine. Take it and go. Oh, and if you say a word about this to Julian or anyone else. Dann. Gesetzloser. Hehehe. Voll gut. Fine. But I warn you. Don't push me any further. Wieso Gesetzloser? Wo hab ich das her? Get out of here now, before I tell Loja, you've been wandering around, upsetting the fish cart. See if your money's any good to you then. Warte nur ein Test. Bin jetzt neulich gesetzlos? Ich bin doch einigen Held. Ich bin jetzt verspielt, das Held, weil ich so gemeine Antwort gegeben habe. Sie ist gesetzloses. Hab ich jetzt auf seins zugegriffen? Aber ich hab doch mit, mit ihm gesprochen eigentlich. Komisch. Aber warum nicht? Hm. Naja. So geil war es jetzt nicht, aber es war schon mehr, als er mir geben wollte an Geld. Also passt das schon. Tja. Ich bin hier ganz gerne lesen eigentlich. Ich lebe mir ein so, jeder will neu, aber oh, viel Rüstung für ihr Leben. Ich könnte ja alle, Magister einfach auslöschen. Das würde mir die Quest ja durchaus vereinfachen. Die Frage ist nur, brauche ich die noch für irgendwas später? Ich meine, ich mag keine Magister, ich will ja auch nicht, wie alle umbringen. Sowieso. Letztendlich. Nein. Das wäre natürlich schon, aber ich hätte nicht, ich hätte nicht, ich hätte nicht. Wäre schön doof. Ähm. Nö, nö. Na klar. Hast du irgendwas? Und dann werden wir ihn haben. Das war echt eine coole Idee, oder? Machen wir das doch einfach. Zack. Da er hier ganz alleine ist, könnte es durchaus sein, dass ich ihn auch nur alleine töten muss. Der Rest gar nicht mehr zukommt gleich. Werden wir dann sehen. Ja, ja. Oh, schön. So, und jetzt. Was ist das? die hat mich gesehen ist mir aber halbwegs egal ich habe alle als gegner jetzt auf einmal und den auch moment wie sie ihn auch die zwerge auch okay das mache ich also nicht über schnell laden so schon mal nicht also ich dachte f9 bei metro war es f9 hier war es f8 gegen alle würde ich nicht kämpfen weil die die zwerge und alles ist ja nicht leute die ich verteidigen möchte vor den magister noch sie jetzt helfen wahrscheinlich decken jetzt ich keine chance hat gegen magister und dann eben sich auf der sicheren seite weil sie wenn sich magister auflehnen dann werden sie alle dran ist ja schade das ist offenbar nicht sehr lohnenswert also nicht alle umbringen echt bedauerlich ist so gerne getan ich mag doch keine magister moment die waren fast gewesen ja ja es ist ja so ärgerlich wasser ich meine rüste und meinen kapazitäten denken es geht einigermaßen die letzte fische hatte ich ja soweit ich weiß aussortiert jetzt stecke ich schon wieder nach toll so jetzt könnte es aber interessant werden kommt schon mal rausgelaufen tja ich frage wo ich gehe ich jetzt lang da ist eine von denen da ist der gut verschwindet hierher schnell um hier wohl lang käme ich wohl aber muss darum das bringt weiß ich nicht aber ich gehe einfach da lang nein ich da oben toll fix unterwegs jetzt das leiter ok gut da ist ein magister ein ganz frecher ich speichere nochmal und ab dorthin ganz fix könnte der lang laufen oder muss jetzt darauf kaxeln ach sehr gut die laufen lang das ist ja optimal verstecken und habe ich gesehen naja ja das musste eine jetzt hier ah guck mal super sache jetzt ist nur der eine der mich gegen mich kämpfen will das ist doch absolut in ordnung ja ich habe noch nicht abtifft da bist doch doof ja das war ok das kann ich ihm krass einfrieren wenn ich wollte oder aber ich mache diesen hier na komm ich kann auch da ansetzt so ist es kein wasser wenn da was da vielleicht auf sich naja gut halt nicht sagt wir haben es ja ich brauche es eigentlich überhaupt nicht für die einen typen aber meine güte zack ja so ihr wollt euch übertreiben hier adrenalin brauche ich jetzt nicht unbedingt 3 ah jetzt fällt weg gespawne ich halt nicht aus kommt oh macht der krass schaden dann reicht es aber zu umhauen nee das dann doch nicht ich zure mal die rüstung bitte wobei das schade ist zu wenig für nur einen einzigen das lohnt sich andererseits ist das hier noch weniger aber sind drei schüsse nee genau 1 2 3 tja und das mal weg mit dir ich mag das so gerne diesen taktischen rückzug jetzt so geil ja der wird kaum noch lange überleben jetzt und schockiert ist ja auch noch sehe ich gerade doch das war nur ich hatte nicht getriggert aber hat offenbar doch getriggert also geilo um das ich als halber ich komme jetzt eh nicht mehr zum angreifen und der ist weg ja schießt auf alle von uns warum auch nicht sehr gut wie einer weniger auf der welt von magistern dass ich auch klauen kann von ihm was war also ich muss nicht jeden beklauen vorigen kill offensichtlich das geht auch so wunderbar naja jetzt kann ich aber theoretisch nach oben gehen und alle anderen kalt machen wenn ich jetzt nur peu a peu kämpfen muss zum schleichen war also völlig zu zu kompliziert gedacht wenn ich jetzt geschafft natürlich ist auch nicht so schwer jetzt aufgepasst auch so mal versucht aber wozu wenn ich sie töten kann einfach so im einzelkampf ohne dabei die ganzen zwerge auch zu bekämpfen ist doch ideal das heißt sofern die jetzt mich nicht angreifen ich war gerade eigentlich abseits von denen gewesen vielleicht als apos daran weiß ich nicht genau wer mir gleich sehen wo ist denn der tinkerer hier geblieben ich bin wo ist er denn versteckt sich von mir hier ist die markierung ist doch mir stehen geblieben ich bin na toll soll mit mir kommen seine nase ich bin immer noch nicht oder ihr fast jetzt wieder drin ja sieht so aus mitkommen also kann man ja auch immer als fast tarn theoretisch ja na gut ok wäre dann ja noch leichter gewesen letztendlich weißt du was das keine rüstung was sollen das weißt doch mal generell keine rüstung war kann ich ihn auch ausrüsten irgendwie nix und wir nur ein kampf gegen eine tolle wie sie wissen alles schneller als meine dinge das ist erstaunlich jetzt habe ich gerade eine rüstung aktiviert gehabt haha denkst du bist oben sicher ja falsch gedacht sagt sie ist das ding ist dreimal so groß wie du oh ja es macht spaß na komm zack zack also mein großer zack und wenn man umhauen bitte auch wenn ich es nicht brauche ich hab das vielleicht so schneller das ding tot gekriegt aber nun ja fix da brauchen ach komm schon flop du darfst einmal das hier nehmen 123 leider nicht gereicht wo ich da dran ne ich da mit dran nein aber sieht sehr krass aus der skill vor allem tut meinen leuten nicht weh was erstmal gut wenn man mal wieder die rüstung auf wo ist er jetzt naja ich werde steinert ja ok ist dann halt ohne flop naja wir gebrochen naja was aus phoenix stoßflug bumm ja war nicht so gelungen jetzt steh auf um um zu fallen doch nicht versteinert na toll jawohl 2000 ep mensch wird ja von mal zu mal besser hier guti guti und erst wieder ein fass haha schon ein bisschen ulkig also echt offenbar magister nach magister ausschalten paar ep sammeln aber bevor ich hier brauche ich denn noch so ich brauche noch eine menge finde ich aber gut so mit kommen wo schlechter drum ist ja hier oben aber man kann so schlecht reingucken wir nicht drin ist da lang kommt wo ist denn das alles da ist bloß der hahaha guck mal ich komme mit ihnen da sogar wo ist der jetzt hin ich weiß da war jemand da kommt er wohl da kommt er wohl da kommt er wohl b